Wir durften halt mit Weltklassespielerinnen spielen, was wir noch nie gemacht haben. Sie waren ziemlich gut und haben einen guten Kurssens. Sie wissen, was sie machen. Ich möchte ein Profi werden, weil das cool ist. Ich habe nur acht angefangen, als ich war. Ich denke, alle Mädchen sind acht Jahre alt. Sie sind viel besser als ich, das ist sicher. Sie spielen so schnell so. Mega, mega viel Spaß gemacht. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Wenn ich groß bin, dann spiele ich auch hier. Ja! Ja!